Was ist einer wie ich, der in der ganzen Welt herumgekommen ist und doch von repräsentativen Dingen nicht unbedingt träumte und sich auch nicht unbedingt immer besonders wohlfühlte in besonders amtlich und protokollarisch bestimmten Abläufen? War das schon eine Umstellung, das Amt? Aber dann habe ich doch begriffen, erlebt und erfahren von den vielen, vielen guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Amt, dass zum Beispiel Protokoll eine große Hilfe ist, weil sie so oft in unvorhergesehene Situationen kommen, wo ihnen die erfahrenen Protokollbeamten mit ihrem Rat sehr, sehr helfen. Also ich bin bezogen auf das Amt in keiner Weise enttäuscht, wo ich selber manchmal dachte und auch ein bisschen litt ist, der Bundespräsident kriegt ja Tausende von Briefen, heute Tausende, Zehntausende wahrscheinlich von E-Mails, wo die Leute schlicht um Hilfe bitten, um Rat bitten. Und da haben wir auch im Amt ein wunderbares Team, die immer wieder was macht. Also wenn der Bundespräsident einfach mal eine Bitte weitergibt, dann gucken die Leute draußen oder die Institutionen, Organisationen ein bisschen mehr drauf und dann gibt es doch oft eine Lösung oder eine Teillösung. Das macht dann auch Freude. Aber die größere Zahl der Fälle sieht so aus, dass der Bundespräsident dann auch nicht direkt helfen kann. Und das müssen Sie erst mal aushalten lernen als Bundespräsident. Das ging mir am Anfang gar nicht so leicht. Das musste ich dann tun. Und darunter, das ist jetzt auch kein sozusagen Diktum, das ich unter den Zwängen des Amtes gelitten habe. Aber ich hätte mir schon gewünscht, wir hätten oft den Menschen etwas schneller und mehr helfen können. Genau. 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 Ja. Ja. rea. Vielen Dank.